Herzlich willkommen zur ersten Vorlesung im ersten Semester Audiovisuelle Kommunikation. Leider ist der Beamer ausgestiegen. Hallo, psst, psst. Das Mikke geht auch nicht. Liebe Studentinnen, liebe Studenten, ich freue mich auf ein interessantes Jahr und viele spannende Vorlesungen für und natürlich auch mit euch. Also eigentlich bin ich ja nur hier, um eine soziologische Studie zu betreiben, über verschiedene Studententypen. Jetzt! Auf, Watson! Jetzt! Der Teufstapler. Hey, mein Referat ist mega schlecht gelaufen, für dich auch. Hey, ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Also da bist du der Zweitbest. Ja eben. Der Schmarotzer. Sorry, dürfte ich ein Blatt von dir auslehnen? Mhm, nein. Merci. Tschüss. Darf ich auch das Bleistift haben? Ja. Hm, ja. Merci vielmal. Fuck, genau das hätte man sich anstreichen, gell? Ja, ich hätte eine Marke für dich. Er ist grüner. Mhm. 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 Merci vielmal. Mhm. Sorry, merci. Mhm, du darfst. Jetzt bräuchte ich meinen Stift hier. Top. Der Klugscheisser. Habe ich das in diesem Fall richtig verstanden, dass der dereguliert Turbokapitalismus eine neue Form der Kolonialisierung der Entwicklungsländer seitens der westlichen Industrienationen ist? Aha. Der Organisator. Du, gell? Ich habe dir für unsere Gruppenarbeit ein kleines Excel-Ski zusammengestellt mit verschiedenen Zuständigkeitsbereichen. Einfach überall dort, wo deine Initialen, M, G steht. Das wäre das, was du machen müsstest. Und auf Google habe ich dir eine kleine Einladung vom Kalender geschickt mit verschiedenen Terminoptionen für ein möglichst nächstes Meeting. Wäre schön, wenn wir heute noch antworten können, gell? Heute? Ja. Oder der, der eigentlich immer krank ist. Hast du dich vorbereitet für die Prüfung morgen? Bei mir spielt das, glaube ich, gar keine Rolle mehr im Fall. Wieso? Ich weiss nicht, ob ich morgen noch lebe. Das ist die krasseste Verkältung ever. Schmeckt mal, schmeckt mein Atem nach Tod und Verwesung. Der politisch aktiv. Hey, psst. Heute Mittag in der Mensa boykottieren wir das Fischmenü. Wir wollen keine Fischerschweine. Wir wollen keine Fischerschweine. Bitte. Oder der Abwesend. Hallo? Der, der sich durch alles durchmogelt. Hey, sorry. Hast du das Psychologie-Skript durchgelesen? Kapitel 3 bis 4. Ja, logisch. Hast du eine Notizen gemacht? Kann ich nur ganz kurz einfach einmal drauf schauen? Hast du es angestrichen? Krass. Ja, ja. Ja, klassische Konditionierung. Der pablowschke Hund. Speichel, ja. Merci. Merci. Der Witzbaut. Hey, nein. Jetzt kommt noch der Kant rein. Das ist Fokrates. So etwas habe ich noch nicht eingeschickt. Sorry, ich hatte schon einen ganzen Kaffee. Guck mal. Oh, gar niemand mehr gross hier. Gut, ich lade mich den Podcast runter.